Im Gewerbepark Regensburg finden Verbraucher weit mehr als 300 Dienstleister an einem Platz. Auf 155.000 Quadratmetern haben sich sechs Schwerpunkte etabliert. In diesen Kompetenzbereichen sind bis zu 115 Anbieter mit einem breiten Produkt- und Servicespektrum für die Kunden da. Wobei auf flexiblen Geschäftsflächen praktisch alles möglich ist. Kundencenter, Büros, Praxen, Shops, Outlets, Showrooms. Der Standort ist optimal ins überregionale Verkehrsnetz eingebunden. Zudem finden Sie als Kunde hier 3.500 kostenlose Parkplätze. Unser Ziel im Gewerbepark Regensburg ist es, mit perfekter Infrastruktur und Branchenkompetenzschwerpunkten optimale Bedingungen für unsere Kunden und auch die Mitarbeiter unserer Mietpartner zu schaffen. Konzentrierte Serviceleistungen kommen hier sowohl den ansässigen Firmen als auch den über 15.000 Besuchern pro Tag zugute. Gewerbepark Regensburg – der zentrale Standort für Büro, Handel und Service.